Hallo und herzlich willkommen zurück bei Project Layspace in einer weiteren Folge Watch Dogs 2. Ja, wir müssen irgendwie das FBI kriegen, aber ich mach jetzt noch die Mission hier, weil Ratio ist verschwunden. Und wir müssen jetzt nur sein Handy. HQ, dann haben wir hier nochmal eine Hauptmission. Also gerade bin ich jetzt richtig im Hauptmissionsstress irgendwie. Oh, der rote hier, der geht mir. Das finde ich nicht schlecht, Mann. Jetzt gucken wir mal, wo der Ratio ist eigentlich. Wer möchte Spaß haben? Jo, ich bin ganz ohr. Wir haben einen Primaten bei dir mit all den vertraulichen Daten, die befreit werden müssen. Dein Profiler wird dir die ID des Primaten liefern, aber du hast nicht viel Zeit. Ich sieh's mir an. Und, wie läuft das Affen-Business? Die bleiben nämlich nicht lange. Ja, danke dir. Ich bin dran. Ich hab keinen Bock auf Multiplayer-Sachen jetzt. Das ist mir zu blöd, ganz ehrlich. Muss jetzt nicht sein, ey. Wir sind mitten an Hauptmissionen dran. Upsalat. Upsalat. TNT am Dramat. Das ist doch ne Beule in meinem schönen Auto. Eben, das meinte ich. Das sind so Brücken, da kannst du oben reinfahren und unten rausfahren. Das ist voll genial, man. Die dicksten Brücken. Solche Brücken hab ich noch nicht einmal in Deutschland gesehen. Voll nice, man. Naja, das ist halt ziemlich viel Fahrerei, also ohne jetzt. Oh, wir fahren jetzt nach Oakland. in Oakland. Ich habe ihn mit ihm geholfen. Oh, was ist mit Ratio passiert, Alter, wenn sein Handy da rumfährt? Ich habe das Handy, aber von O-Ratio keine Spur. Da muss irgendwas sein. Oh nein, die Gang, diese ganzen scheiß Gangs, Alter. Verschwinde da, Horatio. Ja! Scheiße! Wehr dich, Mann! Ich glaube das nicht. Scheiße! Verdammt, die kidnappen ihn! Wir müssen rausfinden, wer die sind. Los, Gesichtserkennung, Josh. Fuck! Das ist ziemlich deutlich. Luis Trevino. Er ist ein Mitglied der Teskers Gang. Die Teskers? Oh, Scheiße. Oh, Mann, das ist ein Blatt, Alter. Wir müssen wissen, wo Trevino ist. Ab seine Nummer. Die GPS-Daten konzentrieren sich auf ein Gebäude. Ist auf deiner Karte. Raus hier! Dann fahren wir da jetzt hin, ey. Lass niemals einen Bro allein, Mann. Was ist der Grund ihres Anrufs? Wir brauchen die Koffe, wie glaubt jemand eine Karte? Ich habe den Motor abgeklärt. Wir haben sie per CTOS lokalisiert. Die Polizei ist unterwegs. Die Polizei ist unterwegs. Jetzt wird gegrillt. Jetzt gibt es Tex-Mex zum Frühstück. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, Mann. Nein. Horatio. Er ist tot, Leute. Sitaro-Jos ist wirklich tot. Oh mein Gott, Markus. Hau sofort da ab. Fuck. Fuck. Halt. Moment, Moment. Du bist schlau, oder? Ja, ich bin schlau. Nicht schlau genug, um zu entkommen. Den ganzen Quatsch, den ihr offenbar wisst, den verrätst du uns. Ich verrate dich einen Scheiß. Fick dich. Fick dich. Oh, fick dich, Mann. Pst. Halt, 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 halt. Rache. Dafür will ich Rache. Noch nicht. Ich will diese Arschlöcher schnappen. Ungewöhnliche Telefonaktivitäten? Jede Menge. Fast nebenan. Sprecher. Achtung, auf alle Sachen, die Zutamater gesichtet. Oder? Finde diesen scheiß Wichser und entledigt ihn! Ich hör zu, Bro! Ich hör zu mir an den Arsch! Untertitelung des ZDF, 2020 ja super finde raus wer sich horatio geschnappt hat die testers sollen wissen dass ich komme steck was in brand man ja ich fackel das gras ab ist gleich hier die verwenden ein illegales pestizid ist in großen menge extrem entzündlich ich leute einfach das pestizid in die bewässerungsanlage überschwendet das gras dann in uns ist es an das ist die steuerung ist ein bisschen das sollte ihre aufmerksamkeit erregen jetzt die daten und ermitteln das nächste ziel was sind denn das für fucking autos nein die haben mich gekillt alter willst du mich verarschen alter ein paar schuss ich will diese arschlöcher schnappen ungewöhnliche telefon aktivitäten jeder menge fast nebenan ok leute dann halt noch mal was Was brauchst du, Mann? Oh, die braucht viel zu lang. Fuck, Alter, willst du mich verachten? Oh, komm jetzt, ey. Jetzt krieg ich aber einen dicken, fetten Hals gleich. Jetzt krieg ich aber richtig einen dicken, fetten Hals, ey. Ungewöhnliche Telefonaktivitäten? Jede Menge, fast nebenan. Aufräumen. Wir haben den Wind im Deckung. Hey, was ist los? Hey, hey, steady. Oh, shut up. Oh, whatever. Okay. Oh! Was hast du denn, Homie? Schicke dir Infos über unseren Brenner! Kommt alles rein! Kokain, Glücksspiel, Erpressung, Gras, noch mehr Kokain! Namen? Ja! Super! Finde raus, wer sich Horatio geschnappt hat! Yes! Die Tescas sollen wissen, dass ich komme! Steck was in Brand, Mann! Yeah! Ich fackel das Gras ab! Bis gleich hier! Sie verwenden ein illegales Pestizid! Ist in großen Menge extrem entzündlich! Ich leite einfach das Pestizid in die Bewässerungsanlage! Überschwendet das Gas damit und zünd es an! Ich muss dann in den Job nicht brauchen! Runter! Los! Runter! Volltreffer! Und los geht, ich schaue uns! Das sollte Ihre Aufmerksamkeit erregen! Jetzt hau ab! Wir checken die Daten und ermitteln das nächste Ziel! Was kommt der scheiß Köter her, ey! Da haut einer ab, Alter! Ich glaube ich spinne, ey! Kommst du her? Mein Wichser, Alter! Die tinyarle stärken! True! Syr der! Der der der... So, was ist das nächste Ziel? Wir wissen, wo das nächste fucking Ziel ist, Alter. Ich will die Wichser grillen. Noch kein Ziel bekommen. Jetzt wissen die Pisser, dass wir sie jagen. Jetzt will ich ihnen richtig wehtun. Wir sind dabei. Die verschiffen gerade eine Riesenladung Kokain. Ist auf der Karte markiert. Vernichte das Koks. Das wird den Teskers wehtun. Gut, dass ich das nicht war. Jetzt werden die leider was verschiffen. Kaufen wir die uns jetzt. Hey, was geht? Kannst du nicht mit so einer Schrotzkarre da umfahren? Ey, ohne Witz. Horatio war mein Freund. Mein allerbester Freund. Dafür müssen die einfach jetzt leiden, ey. Ich lauf ins Amok. Hey, was zu sehen? Schön, dich zu sehen, Retro. Du weißt, die ganze Deathsack-Community steht hinter dir. Alle mochten Horatio. Das wüsste er sicher zu schätzen. Was ist denn hier los? Hab mich in die Kamera gehackt und ein paar Stunden zurückgespult. Man sieht, wie die Teskers Kisten auf das Boot laden. Da sind eine Menge Typen mit Knarren. Wäre auch sonst so einfach. Danke für die Warnung. Viel Glück, Retro. Ja, meine lieben Freunde. Wir haben die 20 Minuten erreicht. Ich hoffe, die Folge hat euch natürlich wie immer gefallen. Schade, dass Horatio gestorben ist, getötet wurde von diesem Bastard. Naja, egal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Über ein Like würde ich mich natürlich sehr freuen. Und über ein Abonnement natürlich noch mehr. Das heißt, klickt den Abonnement-Button. Darüber würde ich mich so sehr, sehr, sehr freuen. Wenn ihr auch weiterhin keine weitere Folge verpassen wollt, müsst ihr nur die Kuhglocke neben dem Abonnement-Button drücken. Dann erfahrt ihr auf jeden Fall, wenn ein neues Video online geht. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Haut rein.